In diesem Fotovideo schauen wir uns spezielle Blenden an. Und zwar sind dies die Bokehblende, die Sternenblende und die Offenblende. Speziell sind diese Blenden, weil sie nicht selten eine etwas grenzwertige Blendenzahl K aufweisen und weil ihre Wirkung speziell ist. Wir beginnen mit der Bokehblende, das heißt, wir suchen eine Blende, die gezielt irgendein Motiv freistellt. Dieses Motiv steht im Fokus und die Frage bei der Freistellung ist, wie unscharf dann der Hintergrund wird. In der Formel, die ich Ihnen gleich zeigen werde, ist der Hintergrund so unscharf, dass der Zerstreuungskreis aus diesem Hintergrund gleich n mal z0 dick ist. Wir messen also die Zerstreuungskreisdurchmesser aus dem Hintergrund quasi mit der Einheit z0 und stellen sie deshalb als Vielfaches dieses z0 dar. Die Bokehblende Kb ist also für eine gezielte Freistellung von Motiven geeignet. Kb nach Formel 379 ist gleich fc² durch n mal z0 mal den absoluten Betrag von 1 durch g minus 1 durch d. Wobei, wenn n gleich 1 ist, dann sehen wir unsere herkömmliche Formel für die Mindestblende K. Dann haben wir einfach fc² durch z0 mal diesen Betrag. Dann allerdings hätten wir einen Gegenstand nicht freigestellt, sondern der Hintergrund wäre dann immer noch in knapper Schärfe gehalten. z aus d wäre dann genau gleich z0. Denn hier im Nenner steht ja nichts anderes als zd, die Dicke eines Zerstreuungskreises aus dem Hintergrund. Wählen wir nun in dieser Formel aber ein N, das grösser als 15 ist, so wird ein Gegenstand in G freigestellt vor dem Hintergrund D. Und je grösser N wird, desto mehr wird natürlich dieses Motiv freigestellt vor dem Hintergrund. Am besten machen wir gleich ein Beispiel. APS-C-Sensor, Brennweite ungefähr 55 mm und wir fokussieren in einem kurzen G bei einem Meter und der Hintergrund sei 5 m von der Kamera entfernt. Nun soll G von D freigestellt werden. Mit welcher Blende müssten wir diese ganze Szene fotografieren? Gemäss unserer Formel für die Bokehblende Kb müssten wir also eine Blendenzahl, die kleiner ist als dieser Term wählen. Also Kb muss kleiner sein als 55 im Quadrat durch 15 durch Z0 mal den absoluten Betrag von 1 durch 1000 minus 1 durch 5000 und dies gibt ungefähr die Blende 8. Mit einer Blendenzahl von maximal gleich 8 wird ein Motiv in G also vor D freigestellt. Allerdings nur bescheiden. Bei N gleich 20, dies wäre mit einer Blendenzahl gleich 6, wird die Freistellung natürlich noch deutlicher. Und dies ist natürlich alles subjektiv und motivabhängig. Die Zahl N ist ja gleich ZD durch Z0. Und N können wir auch so berechnen, die hyperfokale Entfernung mal diesen Betrag. Und N zeigt eigentlich lediglich an, wie viel mal grösser als Z0 ein Zerstreuungskreis aus dem Hintergrund wird in unserer Abbildung. Praktisch an dieser Formel 379 ist, dass jede Kamera mit einem bestimmten N eben identische Unschärfe in D aufs Bild generiert. Ab welcher Größe von N nun von Freistellung gesprochen werden kann, ist individuell. Sowie auch, ob mit N gleich 1 in D nah oder D fern noch knappe Schärfe gesehen wird. Und für den hintersten Hintergrund können wir diese Formel auch wieder vereinfachen. Denn dann wird D gleich unendlich und die Formel 379 wird zu KB, also die Bokehblende, wird gleich FC² durch N mal Z0 mal G. Und wie genau sieht nun eine solche Freistellung mit zum Beispiel N gleich 15 aus? Dieses Beispiel zeigt es. N ist hier gleich 15 und der Engel ist entsprechend freigestellt von diesem Hintergrund. Ist N größer als 1, aber kleiner als 15, dann sehen wir einen Hintergrund zwar als unscharf, aber ob dann bereits von Freistellung gesprochen werden kann, dies müssen wir jedem Fotografierenden selbst überlassen. Je größer wir N wählen, desto freigestellter wird ein Motiv. Bei N gleich 22 wird dieser Engel also schon sehr deutlich freigestellt von diesem Hintergrund. Und bei N gleich 45 wird hier die Schärfentiefe nur noch sehr, sehr schmal und dieses Engelchen ist überdeutlich vom Hintergrund freigestellt und natürlich auch vom Vordergrund. Bei diesem Objektiv, das übrigens eine Brennweite von 56 mm aufweist, kann ich die Blendenzahl 1,2 einstellen und mit ansonsten identischer Apparatur erreichte ich somit ein N von gleich 100, wenn nicht sogar etwas darüber. Und dies sieht dann so aus. Bei N gleich 100 oder größer wird ein Hintergrund komplett verschwommen, während ein Motiv in G drastisch freigestellt wird vor diesem Hintergrund. Wo nun Ihre persönliche Grenze liegt, was die Freistellung anbelangt, ganz gemäss Ihres Geschmacks und immer auch der Art des Motivs, auf diese Frage finden Sie vielleicht eine Antwort mittels diesen Testbildern und natürlich auch mit Versuchsbildern, die Sie für sich selber anfertigen. Und notfalls ist es natürlich immer auch sinnvoll, wenn man Blendenreihen macht. Also nicht nur ein einziges Bild, sondern Bilder mit verschiedenen Blendeneinstellungen. Und was es abschließend zu diesem Thema noch zu sagen gibt, wir können auch anderweitig freistellen. So etwa durch unterschiedliche Strukturen, durch Farben bis hinzu etwas ist farbig und der Hintergrund monochrom, Kontraste, Formen etc. und nicht nur durch unterschiedliche Unschärfen. Und wir gehen zu einem anderen Thema, zu einer anderen speziellen Blende. Ich nenne sie die Sternblende KSS für Stern. Wenn wir zum Beispiel nachts Lichtpunkte mit sehr geschlossener Blende fotografieren, dann zeigen sich diese Lichtpunkte so sternartig abgebildet. Nicht mehr als einzelner Punkt, sondern als Punkt mit so Strahlen nach außen. Ein Stativ ist dann natürlich erforderlich, denn im Dunkeln mit geschlossener Blende zu fotografieren, bedeutet, nebst vielleicht erhöhter ISO-Zahl, eine lange Verschlusszeit. Dieser Effekt erfolgt der Beugung wegen. Das Licht wird so gebeugt, dass ein Lichtpunkt ebenso sich zerstreut auf dem Bild. Damit wir es aber nicht übertreiben mit dieser geschlossenen Blende, sei die Grenze geraten nach Formel 381, KS ist ungefähr oder kleiner gleich 800 mal Z0. Bei einem APS-C-Sensor entspricht dies etwa der Blende 16. Und wenn ich an einem APS-C-Sensor die Blende noch mehr schließe, über die Blendenzahl 16 hinaus, dann, so dünkt mich, und so ist es auch, nimmt die Beugungsunschärfe exponentiell zu. Und etwa zwischen der Blende 16 und 22, da besteht ein großer Beugungsunschärfe-Unterschied. Viel mehr natürlich als etwa der Unterschied zwischen Blende 8 und 9. Und mit Blende 22 an einer APS-C-Sensor-Kamera machte ich selten gute Erfahrungen. Ich verwende sie eigentlich nie. Für mich ist die Blende 16 so ziemlich die oberste Grenze. Was natürlich für solche Effekte auch möglich ist, sind sogenannte Sternefilter. Die sind quasi mit einem Beugungsgitter versehen und streuen dann einfallende Lichtpunkte, die sehr hell sind, entsprechend. Dieser Effekt sieht dann so aus. Lichtpunkte werden zu Sterne und dieser Effekt ist nicht nur in der Nacht erzielbar. Und wir gehen noch zur dritten speziellen Blende, zur Offenblende. Was wir bei der Sternblende, die Blende sehr schließen, dies ist die Offenblende, deshalb heißt sie ja so, sehr offen. Ich spreche von der weitestmöglich geöffneten Blende eines Objektives. Und jedes Objektiv verfügt, logisch, über eine maximal weite Blende. Die Abbildungsleistung aber ist dann der Aberrationsunschärfen wegen selten optimal. Ist uns eine extreme Hintergrund- oder auch Vordergrundunschärfe aber wichtiger als eine Top-Schärfe in G, also in unserer Schärfeebene, dann verbietet uns selbstverständlich niemand, die Offenblende einzusetzen. Insbesondere nicht bei hervorragenden, also meistens teuren Objektiven, welche Offenblend-tauglich sind. Zudem lassen wir mit der offensten Blende, die uns möglich ist, natürlich auch maximal viel Licht auf den Sensor. Ansonsten gilt meistens eben der Aberrationen wegen, dass die minimale Blendenzahl etwa K-offenmal 2 gewählt werden sollte oder heute, dank des technischen Fortschritts, auch etwa K-offenmal Wurzel 2. Dazu ist nun aber zu sagen, dass gerade nur schon im letzten Jahr die Technik große Fortschritte machte, gerade bei den Objektiven, sodass immer mehr auch erschwingliche Objektive eben Offenblend-tauglich werden, was für uns Fotografen natürlich eine wunderbare Sache ist. Und dies bedeutet nichts weniger als, dass die Aberrationsunschärfen sehr minimal ausfallen, auch wenn wir die Blende maximal öffnen. Und zu guter Letzt verrät uns die offenste Blende, welche ein Objektiv einstellen kann, die maximale Lichtstärke dieses Objektives oder eben die relative Öffnung. Die Lichtstärke wird so berechnet, 1 durch die Blendenzahl. Und K ist ja Brennweite durch Pupillenöffnung und so ist die Lichtstärke, also der Kehrwert der Blendenzahl, gleich die Pupillenöffnung durch die Brennweite. Die Lichtstärke, die relative Öffnung eines Objektives, gibt also das Verhältnis zwischen Blendenöffnung P und der Brennweite FC bekannt. Je größer die Lichtstärke eines Objektives ist, desto mehr Licht lässt es auf den Sensor. Desto lichtstärker ist also das Objektiv, desto nachttauglicher ist es. Und die maximale Lichtstärke eines Objektives ist natürlich der Kehrwert von K offen. Das heißt, der tiefstmöglichen Blendenzahl, die wir einstellen können an unserer Kamera mit diesem Objektiv. So ist etwa die maximale Lichtstärke jenes Objektivs, welches ich verwendet habe für diese Beispielbilder in diesem Film, gleich 1,2, dies ist die Offenblende und der Kehrwert davon, dies gibt 0,833, was schon fast gegen ls gleich 1 hingeht. Dieses verwendete Objektiv für diese Bilder ist also sehr lichtstark. Und im nächsten Film etwas sehr Wichtiges. Welche Blende sollen wir denn nun eigentlich wählen von all den gefühlten 100 diversen Blenden nun? Es geht also um K-Wahl. Welche Blende sollen wir letztlich, wenn wir ein Bild machen, auswählen? Da wird also der Blendenrange ein Thema sein, K-Wahl, Maximum und so weiter und dazugehörend KH, die Hyperfokalblende, samt KH0, die Hyperfokalmaximalblende. Der nächste Film kommt bestimmt. Bis dann!